Das ist offensichtlich der Start-up zum Wende im großen Traberpreis von Montresina. Der Favorit Spike sucht ganz raus, sie hat den Wessel oben. Spike hat sich rechts ausgestattet. Diesmal auf Ramses Chess, Paradiso Fox. Ihnen aber Spike, der will ganz, ganz rausfüllen, nach der Legungen hier den besten Boden zu sehen. Ganz innen ist das Ombra Grüssita, wo Paradiso Fox stark in die Hand geht, gefolgt von Ramses Chess. Den steht von Zabrauer, Direktor der Overseas. Ich bin mit Kamila Schulz, look at Spike and number one Super Wessel with 25 minutes handicap. Er ist second at the door, mit 25 Meter Start-Wendigkeit gestartet. Gegen Zykerberg, hier jetzt an die Spitze, aber Spike geht an seine Seite. Er geht an die Nummer sieben, das ist Ragona Lab, dann der Ramses Chess. Das Brett und ich schufe beieinander. Paradiso Fox ist ebenfalls gut dabei. Und die Nummer vier, Rebecca De Korte macht jetzt Boden. Und Rebecca De Korte, da geht es noch vor. So langsam, Rebecca De Korte, Rebecca De Korte greift jetzt Spike an die Super Wessel. Und das ist jetzt an die Nummer von Spike. Rebecca De Korte, Sie drückt hier weiter aufs Tempo. Aber es sein lässt sich, dass wir spielen. Spike geht an die Spitze. Zykerberg ist jetzt noch dritter. Spike in front, Rebecca De Korte ist second. Und now it's Paradiso Fox coming, accelerating third position. Das schnellste Fernfeld ist im Moment Paradiso Fox. Zykerberg ist schön, man ist wieder zu vollkommen. Da ist Spike, Paradiso Fox. Und außen und Ramses Chess müssen ebenfalls in diesem Konzert nicht spielen gehen. An dritten Stelle. Spike in front, Paradiso Fox ist ein Premier. Der Nadian sein, Ramses Chess. Vorne ist Spike. Paradiso Fox ist zweiter, Ramses Chess drinnen. Vorne ist Spike, Paradiso Fox ist ein Knochen. Spike vor Paradiso Fox. So werden das höchstverschreitig bleiben. Spike mit. Natalie Dunne. Überrechen Sie Zeit, Frau der Sieger. Zweiter, Spike mit Paradiso Fox ist ein zweiter Platz. Am Gott, die überdrehen. Abses Chess. Befolgt von der Europapierer Recker der Korte. Die Mark Süperberg ist schön. Die Europapierer der Rapport 363G.